Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Ein Pfarrer, ein Arzt und ein Ingenieur gehen gemeinsam golfen. Diesmal jedoch müssen sie ewig warten, weil die Gruppe vor ihnen super schlecht ist. Nachdem sie ungeduldig sind, rufen sie dann den Rasenwart zu sich und fragen, was ist los, wieso kriege ich den Bäumen ins Loch? Sagt der Rasenwart, ja, letztes Jahr hat es ja bei uns im Vereins ausgebrannt und da gab es eine furchtbar große Explosion. Und die dabei erblindeten Feuerwehrleute dürfen bei uns jetzt gratis jederzeit spielen. Sagt der Pfarrer, oh, ich werde für Sie beten. Der Arzt, ich kenne ein paar gute Augenärzte, ich werde mal schauen, ob man da noch was machen kann. Der Ingenieur meint, warum spielen die nicht nachts? Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für die Woche. Ich hoffe, euch habt ihr gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da. Schaut mal auf mabacher.tv meiner Facebook-Seite vorbei. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Und nicht vergessen, Lachen macht lustig. Ich wünsche euch noch ein paar Tage. Ich wünsche euch noch einen Daumen hoch. Vielen Dank.